Weiter geht's. Ich brauchte jetzt ja mal kurz wie gesagt eine Pause. Ich hoffe, jetzt sitze ich nicht zu beschnitten wieder im Auto. Okay, Runde 5 von 5. Drei Runden. Wölkig, naja. Hat gar nichts zu sagen, leider. Boah. 17 Kurven. Oh shit, wenn es jetzt wieder regnet, bin ich komplett am Arsch mit dem Fahrzeug. Und mit den Reifen. Ich bin natürlich wieder ganz hinten. 21,5 Grad. Hast du wieder wenigstens die Klima an hier? Das glaube ich nicht. Keine Ahnung. Sehe ich nicht mit der Brille, ich weiß nicht, ob ihr was erkannt habt. Bei mir war es nur verschwommen. Wow. Wow. Das war's. Das war's. Das sind grünen. Als ob ich da jetzt das geschafft hätte. Naja. Hashtag, ich weiß ja nicht. Huh. Scheiße. Okay. Alter. Das soll ein Rennen werden hier ohne keine Schleichpartie. Okay. Nee, nee, nee. Okay, erste Schilder. Hier ist dritte Gang. Der zweite Gang. Der zweite Gang. Der erste, dritte Schilder. Der zweite Gang. Danach dritte Gang behalten. Na gut, oder halt. Besser gesagt, schalten schalten. Hier so ne komische Kurve. Grüner Boden. Ein paar dritte Gang. Zum zweiten Schalten. Die nächsten dritten. So gut, die nächsten dritten. Hier war, glaube ich, auch zweiter Gang. Der Signor GM. Hier sind Sie. Dritter Gang. Zweiter. Zweiter. Uiuiuiui! Okay. Ich bin mal spannend ob das was ich mir selber beigebracht habe gut ist. So. Er hat 200 bremsen. Und hier einen zweiten. Einfach zu früh. So. Okay. Hier dritte. Einfach viel zu. Zweite. Einfach schlechter, schade. Dritter. Verdammt. Dritter. Verdammt. Komisch wenn ich vor den. bin. Komm ich teilweise manchmal näher. Schwung. Welche runde Strecke dann auch mal langsam kann. Momentan noch absolut nicht. Wie ist das? Ja. Eieieiei! Kacke! Schösschen! 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 Die geht gerade auch nicht rein. Ich würde euch gar nicht wissen, wie spät das schon in Reel ist. Ich muss mich anzeigen die minus 8 Sekunden. Die geht gerade auch nicht rein. Aufs Grün nur davon hier, ja gut, okay. Aber bringt mir nix. Boah. Ah ja, hier Vollgas, scheiße. Genau. Oh scheiße. Ah fuck. Früher schalten. Jetzt trau ich mich auch mal kurz zu gucken. Hä? Ich bin 17. What the fuck. Ja okay, das war es schon wieder. Ohhhh. Warum hab ich denn nicht? Ich hab die ganze Zeit schon überlegt mal jetzt auszumachen. Ohhhh. 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 Oh, das wird doch nix. Scheibenkleister. Huh! Wie, wo, was? War ich gerade auf dem Grünschweifel? Schöhe! Ja! Jetzt konzentriere ich mich mal ganz kurz auf die Striche da unten. Ich habe mich mal ganz kurz auf die Striche da unten. Ich habe mich mal ganz kurz auf die Striche da unten. Ich habe fast zu spät Gas gegeben. Nee, war auch wieder Minus. Aber Plus, besser gesagt, also schlecht halt. Manu. 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 Einen würde ich aber noch gerne überholen, eigentlich. Nein, nein, nein. Ich hasse die Kurve, die erste. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Da vorne kriege ich keinen mehr. Absolut nicht. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ja. Nur noch eine. Ja, ihr könnt mich anschieben, aber es bringt nichts, weil ich muss trotzdem grenzen, weil ich nur rutsche. Super lieber Sprecher, bringt mir nichts. Ach, Leute. Oh, Leute. Project Cars 1 war so viel leichter. Oder vielleicht auch einfach nur geiler. Keine Ahnung, aber leider ist der Speicher schon da weg. Und da ist auch noch mal von vorne anzufangen. Nee. Ja, hier vorne kriege ich unter gar keinen Umständen. Kommt jetzt der Ende. Oh, danke. Boah. Also manche Strecken kann ich einfach überhaupt nicht. Ich kann sie einfach nicht. Ich bin aber immer ein Vierter geworden. Das reicht mir. Ich hab mir nicht gesagt um diese scheiß Strecke. Äh, 47 Punkte. Ich bleib gekommen. Plett Erster. Boah. Oh, ja. Habe ich das auch? Das ist ja wunderschön. Boah. Jetzt aber wirklich. Feierabend. Podien 4. Sieger 4. Gesamtpunkte 7. Anon 4. Tisch. Herzlichen Glückwunsch. Ist diese Serie erfolgreich abgeschlossen? Du kannst nur mit der nächsten Serie oder äh, der Saison fortfahren. Diese Serie erneut versuchen oder eine andere Serie... Achso, da steht ja immer dasselbe. Ja, da steht auch immer dasselbe. Porsche Cayman International Cup. Ja, das ist jetzt ja unwichtig für mich. Boah. Warte, jetzt kann ich das hier nicht mehr machen? Oh, Lamborghini. Lecker. Vielleicht. Vielleicht ist es auch scheiße auf Lamborghini. Ich weiß es nicht, aber gut. Damit konnte ich bei... Okay, ist egal. Gut. Haben wir das jetzt auch? Cayman. Porsche Cayman Cup. Das war ja ganz viel da drin. Keine Ahnung. Hier steht ja, wie das hieß. Dann fehlen dafür so schon Abnehmung. Gib da noch um. Schreib dir einen Kommentar. Ich weiß, wie dir gefallen hat die Videos. Tschüss. Ich weiß nicht, wie es ist. Vielen Dank.